An einem strahlenden Morgen erfüllte funkelndes Sonnenlicht das bescheidene Heim von Florian Silbereisen, tauchte es in eine Atmosphäre der Wärme und des Friedens. Inmitten dieser Idylle erklang fröhliches Lachen, während sich aus der Küche verlockende Düfte ihren Weg bahnten. Beatrice Egli, eine starke und talentierte Frau, widmete sich mit Hingabe der Zubereitung exquisiter Speisen für sich und Florian. Doch ihre Kochkunst bedeutete weit mehr als nur eine liebevolle Gäste, sie war Ausdruck ihres Engarguments und ihrer Bereitschaft, Verantwortung in ihrer gemeinsamen Beziehung zu übernehmen. Für Beatrice bot das Kochen eine wundervolle Möglichkeit, ihre Zuneigung und Fürsorge auszudrücken, indem sie jeden Bissen mit Wärme und köstlichen Aromen füllte. Die Entscheidung, ein gemeinsames Leben zu führen, markierte nicht nur einen bedeutenden Schritt in ihrer Beziehung, sondern symbolisierte auch ihr gemeinsames Angargument, das Leben mit all seinen Herausforderungen und Freuden zu meistern und ein Zuhause voller Glück und Geborgenheit zu erschaffen. In den stillen Abenden fanden Florian und Beatrice oft zusammen, genossen die köstlichen Mahlzeiten, die Beatrice mit Liebe zubereitet hatte, und tauschten Geschichten sowie Erinnerungen aus. Diese Momente am Esstisch waren für sie eine Zeit des Genusses und der gemeinsamen Freude, eine Gelegenheit, ihre Verbundenheit zu vertiefen. Gemeinsam zu leben bedeutete für sie mehr als nur das Teilen eines Wohnraums, es ging darum, füreinander zu sorgen, Verantwortung zu teilen und sich gegenseitig in jeder Lebenslage zu unterstützen. Beatrice wurde zu einem unverzichtbaren Teil von Florians Welt und umgekehrt, gemeinsam schufen sie ein liebevolles und verständnisvolles Zuhause. Jede gemeinsame Mahlzeit wurde zu einer Feier des Friedens und der herzlichen Gemeinschaft, eine Gelegenheit, ihre Liebe und Fürsorge in kleinen, aber bedeutungsvollen Gisten zu zeigen. In ihrem kleinen Haus herrschte stets eine Atmosphäre der Liebe und Fürsorge. Beatrice, weit mehr als nur eine talentierte Köchin, war Florians wahre Freundin, Begleiterin und Geliebte. Sie stand ihm stets zur Seite, unterstützte ihn in jeder Situation und teilte mit ihm Freuden wie Sorgen. Diese Momente der Nähe, Liebe und des tiefen Verständnisses füreinander bildeten das Fundament ihrer Entscheidung, ein Leben gemeinsam zu gestalten. Sie teilten nicht nur ihre Träume, Ambitionen und Ziele, sondern bauten auch eine gemeinsame Zukunft auf, die von Hoffnung und Erfüllung geprägt war. In ihrem Heim war immer Raum für Liebe, Fürsorge und das tiefe Verständnis, das die Grundlage ihrer Beziehung bildete.